Höhepunkt und Abschluss das Rennen um die goldene Traube. Müller hat den besten Start, eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Rennverlauf. Denn der Sandstrahl des Führenden hält die Verfolger über die drei Runden auf Distanz. Müller, Sieger in der Punktelaufaddition, Sieger im Wettbewerb um den Bahnrekord mit neuer Bestleistung von mehr als 120,8 km pro Stunde, revanchiert sich eindrucksvoll die im Endlauf der Punktbesten erlittene Niederlage. Hier gewinnt zum fünften Male die goldene Traube vor Christoph Betzel und Karl Mayer. Jedes Jahr, meine ich, es ist die letzte Saison. Warum denn? Ja, weil man ist so aufgebraucht am Ende des Jahres, dass man sagt, Mensch, nächstes Jahr habe ich keine Lust mehr. Und dann die Winterpause und man hat wieder neue Ideen. Die Technik tut ihr Teil dazu beitragen, dass wieder neue Sachen sind, neue Motoren und so. Und dann reizt es doch wieder nochmal anzugreifen. Und so wird es auch in diesem Jahr sein. Egon Müller wird angreifen und öfter siegen als verlieren.